Herzlich willkommen zu einer neuen Körperreise-Meditation und diesmal geht es um das Hören, die Hörkraft und auch das energetische Reinigen der Ohren. Egal ob du jetzt aktiv so ein Problem mit den Ohren hast oder das Gefühl hast, du hörst schlechter, wenn zum Beispiel mehr Stimmen im Raum sind oder natürlich auch, du hast Ohrengeräusche, Epitiditus, dann werden wir bei dieser Körperreise heute mal so dieses Gehör, die Ohren durcharbeiten. Es ist natürlich auch gut, es gibt ja auch so dieses Hellhören, vielleicht hast du von dem gehört, du kannst ja jeden Sinn auf eine höhere Stufe einschwingen quasi auch und so geht das dann auch mit dem Hellhören, also auch das ist eine Möglichkeit, da ein bisschen dran zu arbeiten. Gut, dann legen wir jetzt erst einmal los. Bitte schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief einatmen und wieder ausatmen und wir beginnen nun mit einer Heilreise, einer Heilungsreise für dein Gehör für das rechte Ohr und das linke Ohr und erlaube dir jetzt erst einmal Verspannungen wahrzunehmen, wenn du welche hast und zwar im Kieferbereich im Halsbereich im Nackenbereich hast du das Gefühl, dass du da verspannt bist und auch über den Ohren, stellen wir uns einfach mal vor, hast du das Gefühl, dass du im Kopf verspannt bist, also angestrengt bist hast du auch das Gefühl vielleicht auch noch, dass deine Augen angespannt sind Nimm jetzt nochmal ganz bewusst wahr Kiefergelenke Hals, Nacken im Kopf deine Augen und wenn wir schon dabei sind, auch nochmal deine Kiefer die Zähne also Unterkiefer Oberkiefer Zähne Nase und Nebenhöhlen und genau auf das fokussieren wir uns jetzt also auf deinen ganzen Kopf und Schädel zuallererst darf da jetzt mal Entspannung einfließen Und wie funktioniert da jetzt Entspannung? Stell dir einfach mal vor dass du beim besten Masseur, bei der besten Masseurin bist die gleichzeitig auch Kraniosakral beherrscht und berühr jetzt mal leicht deinen Hals und lege deine Hände nur ganz leicht auf und stell dir vor du bist nun bei einer Behandlung wo diese Verspannungen gelöst werden alle Verspannungen in deinem Halsbereich Kopfbereich Schädelbereich Und während du dich berührst deine Berührung spürst erlaube ruhig mal dass sich dein Kopf auch mitbewegt wenn du das Gefühl hast dass ich dir bewegen soll ganz sanft ganz heilsam Deine Hände sind jetzt der Kanal für heilende Energien Und erlaube dir einfach mal dass dein Kopf sich ganz entspannt bewegt geleitet von der Energie in deinen Händen Du bist jetzt an einem Ort der Heilung und der Entspannung Und mit deinem nächsten tiefen Atemzug lässt du jetzt alle Anspannung los Und erlaubst dir noch tiefer in dein Wesen in deine Wirklichkeit zu sinken Und wenn du das Gefühl hast dass Anspannungen Verspannungen auch noch weiter runter fließen sollen Dann berühr ruhig mal deine Schultern Und erlaube auch dass sich der Oberkörper entspannt bis runter zum Becken Hüfte Oberschenkel Kniegelenke bis runter zu deinen Füßen Dein Körper entspannt sich nun und in dieser Entspannung darf Heilung geschehen Ich erlaube mir göttliche Liebe in meinem Leben zu empfangen und meinen Körper nun auf die höchstmögliche Schwingung zu bringen Deine Selbstheilungskräfte werden reaktiviert werden gestärkt und vor allem geht es nun um dein Gehör um sämtliche Schocks Verspannungen Anspannungen in deinem Gehör Und wenn du möchtest kannst du jetzt deine Hände direkt so zu deinen Ohren legen den Zeigefinger leicht hinter den Ohren Daumen am Kiefergelenk und dein Rest der Hand legst du ganz sanft auf deine Wangen und erlaube nun dass Heilung einfließt und zwar ein Schocklöser Schocks für dein Gehör Und wir beginnen jetzt mit dem Urschock des Gehörs Und das ist natürlich gleich nach deiner Geburt wenn so das gedämpfte die gedämpfte Wahrnehmung durch den Mutterleib quasi aufhört und du das erste Mal klar hörst diese Lautstärke wo sämtliche unangenehme Höhen jetzt erst einmal so gelöst werden sodass sich dein Gehör beruhigt also den Geburtsschock aus dem Gehör lösen Das nächste sind jetzt dann Traumata aus der Erziehung Du hörst mir nicht zu hör mir zu Willst du mich nicht verstehen Kannst du mich nicht verstehen Du musst das jetzt hören Hör auf Hör zu All diese Programme dürfen sich jetzt aus deinem Gehör Lösen Höher Auf Höher Zu Sondern du erlaubst dir dass sich deinem Gehör jetzt Freiraum sich um dein Gehör Freiraum manifestiert und dass deinem Gehör jetzt auch Freiraum gewährt wird und sämtliche Verpflichtungen und Anspannungen dort wo du das Gefühl hast auf jemanden oder etwas hören zu müssen das fällt jetzt ab du kommst in deine Kraft in deine Eigenverantwortung so dass sich Freiheit Würde und Liebe manifestieren und nach diesen Schocklösern diesen Programmen die vielleicht schon aus der Kindheit kommen darf nun mal Heilfrequenz in deine Ohren einfließen vielleicht hattest du schon mal eine Ohren Entzündung oder hattest du Probleme dann lass mal diese Vergangenheit los und erlaube dir der alte Traumata zu lösen auch Infektionen und Krankheiten und da kannst du dir jetzt vorstellen dass du so diese desinfizierende Kraft wirklich der Zwiebel jetzt mal so an deine Ohren legst und die Zwiebelenergie zieht jetzt sämtliche Entschränkungen deines Hörapparates raus die durch Entzündungen oder Krankheiten entstanden sind und auch wenn dein Trommelfell womöglich mal vernarbt wurde oder durch Entzündungen nicht mehr so flexibel ist wird dieses nun gereinigt und es lösen sich die Verspannungen und in dieser Geschmeidigkeit deines Trommelfells also diese gestresste Energie Entzündungs Energie geht jetzt raus und nun können sich die feinen Härchen in deinem Innenohr die vielleicht am Boden liegen sich alle wieder aufstellen stell dir das mal vor wirklich wie wie eine Wiese wo vielleicht manche Gräser flach gedrückt sind und die regenerieren sich jetzt stellen sich wieder auf und du atmest mal tief ein und wieder aus und sämtliche Erschöpftheit und Müdigkeit die sich in deinem Gehör manifestiert hat löst sich jetzt und du wirst ruhiger und klarer es werden nun auch sämtliche Verbindungen des Rachenraums mit deinem Gehör bearbeitet und gelöst dieser ganze Hals Nasen Ohren Bereich darf nun in eine heilende Energie kommen stell dir einfach HNO Hals Nase Ohren Bereich Heilung vor und bitte jetzt mal um Heilung um Harmonisierung dieses Bereichs und du spürst jetzt wie du entspannst wie du ruhiger wirst und immer klarer und nun kommen wir auf deine persönlichen Programme zurück zuerst haben wir ja gelernte Programme transformiert und jetzt kommen deine persönlichen Programme wo du vielleicht so setzt wie ich will das nicht mehr hören ich kann das nicht mehr hören und diese Programme ich will das nicht mehr hören ich kann das nicht mehr hören lass mich in Ruhe diese Programme diese Sätze genauso wie geh mir nicht auf die Nerven werden nun transformiert und du spürst jetzt die transformative Energie und dir wird bewusst wie viel Belastung du auf dein HNO System abgewälzt hast beziehungsweise wie belastet dieses System gewesen ist und du spürst es wird immer leichter und freier und eine Ruhe eine tiefe innere Klarheit darf sich jetzt mehr und mehr in dir manifest und dieser Klarheit ist bewusst was du durchlitten hast dieser Licht ist bewusst was du erduldet hast oder wie sehr du gelitten hast und dieses Licht ist jetzt dein Zentrum und durch die Beobachtung des Lichts aktivierst du dein Zentrum deinen Punkt wo du heil bist auch deine innere Heilerin deinen inneren Heiler und du spürst nun dass ein tiefer tiefer Frieden und eine tiefe Friedlichkeit in deinen HNO Bereich in deinen Schädel einfließt und in diesem Augenblick spürst du auch wie dein Kopf frei wird wie Heilung stattfindet du spürst dass sich Verspannungen im Nacken Bereich gelöst haben und auch dein Kiefer Bereich der HNO Bereich fühlt sich freier an und entspannter du lässt nun alle alten Anspannungen alle alten Blockaden des HNO Bereichs hinter dir und spürst dass du freier wirst und offener und dass eine tiefe Liebe durch dich hindurch fließt und du erlaubst dir jetzt auch ein Gehör für die subtilen Wahrnehmungen die subtilen Schwingungen zu entwickeln soweit das für dich in Ordnung ist und du spürst in diesem Augenblick dass die geistige Welt deinen Anliegen Gehör schenkt dass sie dich anhört und dich inspiriert und dass du in deinen erhöhten Sinnen in der erhöhten Wahrnehmung ganz klar und absolut frei bist und solltest du jetzt ein Thema mit Tinnitus haben oder mit Ohrengeräuschen dann erlaube jetzt dass diese sich jetzt lösen dürfen sie werden ruhiger und ruhiger wie wenn jemand in dir ein Radio leiser und leiser dreht und das geht so leiser wie du es dir vorstellen kannst immer leiser und ruhiger so dass du alles wesentliche hören kannst atme tief ein und wieder aus und presse dir deine Handflächen dann ganz fest an die Ohren und zieh sie dann spontan wieder weg fest an die Ohren pressen und einmal spontan weg ziehen und du atmest tief ein und wieder aus und erlaubst dir jetzt dass sich das Ohrengeräusch löst und du spürst dass du ruhiger und entspannter wirst und immer klarer erlaube dir nun die Heilung anzunehmen zuzulassen durch dein gesamtes ANO System und spüre dass du immer mehr Abstand zu deinen Beschwerden bekommst bedanke dich jetzt bei der geistigen welt für die hilfe und unterstützung und mach dir bewusst dass du jeder zeit wieder diese Heilungsreise machen kannst und dass du immer tiefer und tiefer deine Themen beobachten und lösen kannst spüre die Klarheit und die Freiheit Atme nochmal tief ein und wieder aus strick dich durch schüttle deine Hände aus bewegt deinen Kopf deinen Körper und komm dann genau in deinem Tempo ins hier und jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück spüre nochmal ein und wenn du dich dann gut wahrnehmen kannst dann öffne deine Augen und komm ganz ins hier und jetzt zurück wie ist es dir gegangen wie nimmst du den Bereich wahr hat sich was verändert bei deinem Uhren Bereich du kannst das natürlich wie gesagt immer wiederholen und schreib mir deine Erfahrungen gerne in die Kommentare lass mir einen Daumen hoch da abonnier den Kanal und ich freue mich natürlich aufs nächste Mal dein Oliver Arani aus dem wunderschönen Linz Tschüss bis bald Los